1. Charakter ist so viel mehr wert als Aussehen. Es gibt viele schöne Menschen, doch nur die wenigsten haben auch einen schönen Charakter. 2. Menschen, die dich nicht brauchen, brauchst du auch nicht. 3. Laufe niemandem hinterher. 4. Deine Figur definiert nicht deine Persönlichkeit. 5. Umgebe dich mit Menschen, die dich glücklich machen. 6. Verbringe so viel Zeit wie möglich mit ihnen. 7. Genieße deine Schulzeit. Du weißt nie, wann du alle noch einmal zusammen wiedersehen wirst. 8. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Manchmal muss man etwas riskieren, um so viel zu gewinnen. 9. Zeit vergeht so unglaublich schnell. Nutze sie. 10. Lass dich niemals von deiner eigenen Unsicherheit stoppen. 11. Reise so oft und so viel du kannst. Dort entstehen die größten Erfahrungen. 11. Du brauchst keinen riesigen Freundeskreis, um glücklich zu sein. 13. Habe keine Angst, neue Menschen zu treffen. Nicht jeder wird dich verurteilen. 14. Wenn du jemanden liebst, sag es. 15. Wachse an deinen Herausforderungen. Verpasste Chancen bereuen wir am meisten. 16. Schließe mit der Vergangenheit ab und konzentriere dich auf deine Zukunft. 17. Egal wie oft du fällst, steh immer wieder auf. Es gibt viele, die dich am Boden sehen wollen. 18. Lasse dir niemals einreden, dass du etwas nicht schaffen kannst. 19. Versuche nicht, es immer allen recht machen zu wollen. Das kannst du nicht. 20. Verstelle dich nicht, um anderen zu gefallen, sondern lasse sie dich lieben, so wie du bist. 21. Es gibt keine zufälligen Begegnungen. Wir treffen jeden Menschen aus einem Grund. 21. Es gibt keine zufälligen Begegnungen. Wir treffen jeden Menschen aus einem Grund. 21. Es gibt keine zufälligen Begegnungen. Wir treffen jeden Menschen aus einem Grund. 21. Es gibt keine zufälligen Begegnungen. Wir treffen jeden Menschen aus einem Grund. Untertitelung des ZDF, 2020